So, aber ich muss doch gucken, dass ich früher oder später mal ein Türmchen errichte. Sonst wird's, glaube ich, übel. Ach, der Holzfäller ist auch fertig. Du bist fertiger Müller, das ist wunderbar. Machen wir jetzt da mal in die Bäckerei. Ah, ich hab noch elf Holz. Noch kann ich auf den Holzfäller vorerst verzichten. Ich hab jetzt kurz überlegt, ob ich wieder einen Bauarbeiter dafür abstelle, aber macht keinen Sinn, weil wir müssen die Häuser hier fertig kriegen, dass wir auch Nachwuchs zeugen können. Will ich schon eine Schule in Auftrag geben? Will ich erstmal warten? Ich bin nur unschlüssig. So, das ist alles Stein, 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 Stein. Weil ich wollte nochmal gucken, ob man irgendwie Eisen sehen kann. Wahrscheinlich sieht das eher so ein bisschen rostfarben aus. Würde ich jetzt mal zumindest vermuten. Ach, Mist, Stein braucht er auch. Aber Gott sei Dank haben wir da noch einige Steine. Das ist sehr gut. Mampf, der hält sich einigermaßen. Ich schau mal kurz zur Sicherheit in die Statistik. Nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit falsch sehe. Steigt sogar. Sehr gut, da sollten wir dranbleiben. Aber, wird ja auch nicht ewig so bleiben, ne? Spätestens, wenn die Bevölkerung wächst, wächst auch der Bedarf. Ich muss mal kurz gucken, wo wir überhaupt den Turm bauen können. Tischler, Bogen, Machen, Verteidigungsturm. Da hinten, okay. Okay. Zwei Steine und ein Weizen. Hier noch ein Holz. Zwei Steine und ein Weizen. Das ist immer der Nachteil. Wenn die nur einmal kurz sich hier hinlegen, dann sind die natürlich nicht sonderlich ausgeruht. Und das führt dann leider immer dazu, dass die nicht lange arbeiten können. Gut, im Übrigen, die Nahrung, die hier in der Statistik, wo ist sie, die hier so schön steigt, die steigt auch, glaube ich, nur einfach aus dem Grund, dass sie sich die ganze Zeit hier auch vorwiegend von den Büschen bedienen, anstatt aus dem Lager Nahrung zu nehmen, ne? Also da sollten wir uns jetzt nicht in falscher Sicherheit wiegen. So, wir haben alle unter der Haube, ne? Na, hier eine nicht, die Beere noch nicht. Dann such dir mal einen Ehepartner. Dass du die Baustellen auch immer abwechselnd bedienen musst, ey, meine Fresse. Oder ihr vielmehr. Sehr gut, hat der Müller auch eine Frau bekommen, wunderbar. Ja, da füttert was, so. Hast direkt die Büsche daneben, gönn dir. Ich glaube, ich habe bisher so ein bisschen die Wichtigkeit der Häuser unterschätzt, einfach was die Produktionsgeschwindigkeit angeht, weil dadurch, dass die immer nur... Guck mal, wie wenig schlafe er jetzt. Er hat 10% Schlaf gerade mal gewonnen. Ist aufgestanden. Gut, der pennt jetzt wieder, aber der wird jetzt wahrscheinlich dann hochgehen auf 20, beziehungsweise 19, weil 1% schon wieder fehlt. Schauen wir mal, was da hochgeht. Ja, sag ich ja. Und er ist immer noch müde, weil er unter 20% ist. Jetzt muss er sich dreimal hinlegen. Im Haus hätte er sich einmal hingelegt und wäre er wahrscheinlich auf 70 hoch. Vermute ich. Ich weiß jetzt nicht genau. Also ich habe noch nicht genau beobachtet, wie weit die hochgehen. Aber deutlich weiter. Und da fehlt nur noch Weizen. Okay. Da fehlt noch ein Stein und Weizen. So, jetzt mach bitte du einfach das hier fertig, dann können wir schon mal für den Nachwuchs sorgen. Und dann wird wahrscheinlich erstmal rapide die Nahrung sinken, weil die alle bei sich im Haus die Nahrung lagern. So, komm. Wir picken uns einfach Frauen raus, die da einziehen dürfen. So, und du auch direkt einmal einen männlichen Erben bei Gelegenheit, wenn denn mal irgendein Mann halbwegs ausgeschlafen ist dafür. Na ja, Hauptsache es sind noch keine Feinde hier. Diplomatie sehen wir noch keine. Okay. Warte mal, können wir in der Tabelle was sehen? Nope. Noch nicht. Alles klar. Da wir aber einen Verteidigungsturm bauen sollen, gehe ich mal davon aus, dass wir hier was antreffen werden. Entsprechend, wie schon gesagt, keine falsche Sicherheit. So, du baust jetzt da weiter, das ist schön. Du baust hier unten schon mal los, das ist super. Haben wir hier bald das zweite ausfällig. Sehr gut. Und die nächsten beiden Namen bitte einmal einziehen. Komm mal, nehmen wir dich. Stimmt, wir müssen noch nach Wasser buddeln. Warte mal, graben wir noch Wasser. Machen wir das mal hier. So, da kommt schon der erste Nachwuchs zustande. Sehr gut. So, und ihr kümmert euch direkt auch mal um Nachwuchs. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber werden die dann alle in der Nahrungsmittelproduktion entsprechend stationieren, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber tätig werden lassen. Außerdem könnten wir dann bei Gelegenheit auch endlich mal den Holzfäller besetzen. Und Janswisch sticht die Bäckerei. Ich plan auch schon mal ein, wo ist es denn? Da, ein Steinmetzzelt. Das machen wir mal... ...da hin. Mein Gott, hier sind auch noch mega viele Obstbäume. Sehr schön. Ich glaube, die Farm ist... Oh, Mist, die wäre fast ein bisschen... Komm, hier wurde ja noch nichts gebaut. Pfeff drauf. Platzieren wir die... Obstfarm nördlicher. Dass sie näher an den ganzen Bäumen ist. Komm, so weit rechts ist ja auch 10 Sekunden. Nochmal abgerissen. Machen wir da, falls da links noch ein paar weitere Bäume sind. So, da kommt Wonneprop Nummer 3. Ich weiß, Leberarbeit und Holzfäller sind schon was länger leer. Ach, er braucht wieder Bubu. Ach so, nee, er... Okay, schlafen tut er nicht, formulieren wir es so. Also, da muss man ein bisschen resistenter gegen Schlaf werden. Gut, da kommt der letzte Wonneprop, den wir jetzt erstmal in Auftrag gegeben haben, in Anführungsstrichen. Der erste wird auf jeden Fall bei Mieger zukommen. Der zweite beim Farmer. Der dritte vielleicht auch. Und der vierte beim Holzfäller. So, jetzt erstmal der grobe Plan. Wie es dann perspektivisch weitergeht, werden wir dann sehen. Aber da wir nur noch vier Holz haben, hier brauchen wir keins mehr, da auch nicht. Da brauchen wir drei. Oh, das heißt, das reicht noch nicht mehr für alles, was wir jetzt noch im Bau haben. Ja, vielleicht wird der erste doch Holzfäller. Und bei Gelegenheit wäre auch eigentlich ein Träger nicht schlecht. Wehre, wehre, Fahrradkette. Also, dann sieht man zu, dass ihr schneller erwachsen werdet. Warte mal, war Obstbauer eine Weiterbildung vom Farmer? Jo, stimmt, wir brauchen erst einen fertigen Farmer. Okay, alles klar. Okay, wir machen jetzt erst einen Holzfäller, dann einen Farmer. Dann einen Fischer und vielleicht noch einen weiteren Fischer, muss ich mal schauen. Dass auf jeden Fall die Nahrungsmittelversorgung gewährleistet bleibt. Weil die Frage ist, ich sehe schon sehr wenig Fische im Wasser, wie lange er überhaupt noch tätig sein kann. Vermute, der wird sich bald auch erledigt haben. Und hier hinten, das sieht nicht aus, als würden hier Fische im Wasser schwimmen. So, die Bag of Rye ist fertig. Sehr schön. So, da wird es eh doch mal Wasser brauchen. Gut, dass du gerade hier buddelt. Sehr schön, da ist Wasser. So, genug gebuddelt. Wir haben, was wir wollten, nämlich einen Platz fürs Weserje. So, ich bräuchte einen weiteren Erwachsenen. So, ihr beiden habt noch kein Haus, ne? Ne. Könnt aber schon mal das für euch planen. Falls ihr noch in ein Deko-Geschäft wollt. Sehr schön, Hort ist erwachsen. So, werde er Farmer. Du wirst Holzfäller. Dann wirst du einmal Bäcker. Und du wirst neuer Müller. So, Häuschen ist auch fertig. Perfekt. Jetzt haben alle, bis auf die beiden frisch Erwachsenen... Ein Dach über dem Kopf. Sehr schön. Das erste bisschen Holz kommt schon. Wunderbar. Schau mal kurz, was die Nahrung macht. Ja, die gingen natürlich steil bergab mit dem Bau der Häuser. Das haben wir ja schon vorher gesehen. So, hier sind die Rohstoffe ausgegangen. Ja, zack. Dann war es das schon mal mit dir. Danke fürs Mitspielen. Wobei, ich reiße es nicht ab, weil da drin noch Nahrung liegt. Ich weiß jetzt nicht, was damit passiert, wenn ich es abreiße. Deswegen lassen wir dich einfach mal umschulen. Du wirst Jäger. Kommt wenigstens Nahrung weiter rein. Sehr gut. Harald ist erwachsen. Dann werde du doch mal... Was wollte ich denn noch? Farmer. Ja, genau. So, du hast den Beruf des Holzfällers erfunden. Nice. Nice. Hofstingham. Jetzt geht's. v 것은 하기orts. Alles günstens. Dachst. letth descrição. Alles günstens. Sch idag. Vielen Dank.